Hallöchen Leute, herzlich willkommen wieder bei der nächsten Folge von Twello 4 und wir sind in diese schönen Umgebung von Twello 4. Korken. Das, das, das. Nee, das brauch ich nicht. Hammer. Oh, nee. Ein Stopp. Genau. Kleber. Wo ist der Kleber? Okay. Äh, was? Jo, ist klar. Ein paar Stücke. Wenn das so weitergeht, dann schwimmen wir gleich durch die Straßen von Boston. Äh, da musste ich aufpassen. Oh, oh. Äh, Ghoulentorte? Nee, ich hab gedacht Ghoulentorte sind da, aber nein. Hä? Was ist denn der? Der Automat? Ja! Aha, ich hab keine Ahnung, was drücke ich, aber egal. Wir spielen sich normal weiter an. Haha. Der Kapoite ist ein bisschen schief. Wett. Er ist explodiert da. Kücheng. Alter. Äh. Also, der Kapoite ist. Kampu- 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 Oh Tagebuch. Hoffe ich Tagebuch. Aha. Nein, nix interessantes. Lever up, komm. Wir machen Okay. Was machen wir jetzt? Ich werde gerne. Rüge Hand. Okay. Hacken. Könnte ich schon machen. Aber ja genau das wollte ich. Du findest noch mehr Munition. Ich werde doch mehr Munition. So. Das war das. Das war Polizei. Super. Eigentlich wollte ich zur Polizei gehen. Weil ich habe gedacht, das wird irgendwo. Gehen wir nach oben. Das ist ein Auto. Oh lol. Geht noch mehr. Oh. Eine hat totes Mikaschen gemacht. So. Auto. Alles. Schauen wir mal. Hallo. Ist jemand da? Schein. Was ist denn die Bombardierung? Scheiße. Wir haben Gesellschaft. Oh mein Gott. Alter, was ist jetzt los? Ich lebe noch! Ich lebe noch! Gott sei Dank, ich lebe noch! Gibt es irgendwas? Tote oder... Irgendwas? Irgendjemand? Irgendjemand? Oder da oder der? Der kann ja ein bisschen plündern. Lass es mich wissen, wenn du Munition findest. Ja, ich finde momentan viel Munition. Nein, 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 nein. Nee. Es gibt wirklich nur diese zwei. Schade. Hi. Diese Route ist unter Kontrolle. Gut. Dann nehme ich das noch. Das noch. Ah ja, hier haben wir noch was. Gehen wir einfach... Ah, Alter. Da war ich... Da muss ich da auf andere Seite gehen oder was? Äh, ja. So. Oh, ich komme gerade zu dem radioaktiven Teil. Ah, kaum gehen wir nach unten. Vielleicht finden wir noch eine Sache, was echt... Irgendwas verfolgt uns. Wir haben Gesellschaft! Oh! Yoohoo! Wir haben so viele Synths. Diese Orte müssen sicher bleiben, damit wir sie rausschaffen können. Nein! Ich will deine Waffe haben! Im Freien zu stehen fühlt sich total seltsam. Alter! Ich will die Waffen haben! Oh! Was haben wir hier? Da ist nämlich, da ist nämlich, ähm... Ja! Ich nehme das auch! Wieso nicht? Okay! Die wollen die Waffen mir ja nicht geben. Ist auch okay! Oh! Radioaktivitäten! Ich glaube, hier fängt schon der Gebiet an. Ich glaube, hier fängt schon der Gebiet an. Besser eins als diese 22 oder 30. Was ist das? Ach du Scheiße! Was ist das für ein Bäumchen? Was ist das für ein Bäumchen? Da muss ich gleich schauen. Ich will was entdecken einfach! Schuss! Ich will was für ein Bäumchen, das ist ein Bäumchen, das ist ein Bäumchen. Was ist das für ein Bäumchen? Ich will was für ein Bäumchen, das ist ein Bäumchen. Okay. Also. Kakarama. Oh, Leber. Das ist doch wie unter dem. Alla, Alla! Ja, ist klar! Sehr klar. Leck mich am Arsch! Für Radioaktivitäten oder was? Warte mal, warte mal. Ja. Noch was? Ja, hab ich schon. Wie schön. Was? Eine Türe, nach unten! War's gut, hat dann mitgenommen. Wie ist das richtig? Ich bin jetzt sicherlich recht. Auch Ratsch. Ich bin an. Das ist gut, wie ich mich bin. Ich bin an. Ich bin an. Ich bin an. mitschleppen ja auch wieso nicht er kann auch praktisch sein und superkleber ich habe gedacht sie ist hinter mir alles stimmt geht er kann sich teleportieren einfach yo er ist ja kühlen er ging das interessantes das ganze müll hier Okay, ohne Scheiß. So. Uh-oh. Dein Arm. Und mein Bauch tut weh. Oh, ich gebäre. Nee. Scheiße. Alter, das war kein guter Eckmüter. So. Ich habe gedacht, was Interessantes wird. Aber es ist nur ein Scheißrack. Hey, warte, weg. Warte mal. Ich brauche noch diese. Du wirst doch eine Mädchen nicht weglun, oder? Nur mit Fallen, oder was? Du weißt, wie man ein Mädchen verwöhnt. So. Ich bin down. Oh, der Scheiß. Du weißt, wie er in einem Mädchen bewöhnt. Verlässung? Äh. Ja, er. Warte. Er. Schade. Nix da. Da ist sowas von viel Fallen. Ich glaube, dem Fakt, wer das alles gemacht hat. So, da, da, da. Ich geh zu den Bäumchen. Ich trage zu viel, oder was? Okay, schauen wir mal kurz. Ich trage zu viel. Stimmt. Wieso das? Waffe. Ich mache so. Obliegen. Ich trage zwei. Wieso so besser? Der bleibt, der bleibt, der bleibt, der bleibt. Wieso habe ich hier eine Rakete? Ich brauche jene. So bin ich genug OP. Bleib, bleib, bleib. Okay, alles. Okay. Ja, gibt's halt nur. Yay. die bauen ist richtig ich hab schon gedacht ich bin im park wie schön auch sogar händchen halten ja ich sitze auf die ja vorher verliebte und jetzt sind sie ab ich will sie mir verarschen gott sei dank habe ich das ich will sie haben chance von 20 prozent für unser bei bei okay nehm ich auf einmal kommt die monster die hat die gefressen schon irgendwas war ich hier aber der hat das zeltig oder zemalt weg da aha 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 muss ich das hacken oder nicht ja hacken oh super man ich hasse jetzt hacken nein ich lasse ich habe keine bocke mehr zu hacken so wo können wir weiter oh nächste pärchen tschüss position kronkorken was du auch findest wir teilen nein ich bekomme alles du bekommst gar oh eine statue so leute ich werde sagen das war's und wir sehen uns nächste folge tschüssi